Und damit herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Folge von Treadout. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Aufnahme läuft, oder? Ja. Jetzt ist das alles ein bisschen komisch bei mir und jetzt muss ich immer so ein bisschen ducken, guckend und ach, keine Ahnung. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder in der Schule tatsächlich. Die Olle in dem roten Kleid hat uns wieder zurück verbannt und ich habe keinen Bock, weil hier nämlich der fette Eber rumschwirrt tatsächlich. Und, ach man, das war immer so, ich habe das letzte Rätsel auch schon nicht verstanden. Fuck it! Oh, nein, nein! Lass mich in Ruhe, Mama! Oh, fuck, mein Herz! Ey, Leute, das könnt ihr doch jetzt hier nicht schon machen und es ist... Oh, scheiße, das ist so verdammt laut auf meine Ohren! Oh, fuck it, scheiße! Ich weiß nicht, wo ich hinrennen muss und es... Ich muss jetzt erstmal ein bisschen leiser machen hier. Ich habe gerade so laut... Hot! Nein! Alter, scheiße, was geht denn los hier? Alter, wer bist du? Ich habe gerade so laut Musik gehört, aber das war gerade echt ein Schock. Oh Gott, dass ich noch nicht taub bin. Das ist gerade echt ein Wunder tatsächlich, aber ich bin tot. Mist, wieder hinten bin ich tot? Nee. Oh ja, doch, ich bin tot. Okay, die Aufnahme startet tipptopp. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ey, scheiße, die waren dann... Mein Herz! Mein Herz! Scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ein roter Rahmen an dem Bildschirm zeigt. Ach, naja, das wissen wir ja... Das wissen wir mittlerweile. Scheiße, mir war gerade schlagartig total schlecht, wo mir das alles so rot wurde und es so rumgeswitcht hat, wurde mir schlagartig schlecht. Und dann, wo noch dieses Riesen-Face kam, Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich die killen? Ja, okay. Schwimm aus dem Bild. Kein Thema. Bist du behindert? Mann! Okay, ich kann die killen, ich kann die killen. Okay, okay, keine Panik auf der Titanic. Ähm... Warum ist das so scheiße dunkel? Ich sehe übrigens genauso viel wie ihr. Wenn nicht noch weniger. Oh Gott, gleich ist die Fugel. Mir ist echt so schlecht. Oh Gott. Ah! Da! Da ist Ms. Menn! Hallo, Ms. Menn! Hallo! Na? Hallo? Oh, ich wollte gerade sagen. Kommt die immer wieder? Nee, na, die ist wieder woanders. Wer bist du? Das ist aber nicht die Rothaarige, oder? Nein! Ich habe geklickt. Ich klicke, ich klicke, ich klicke. Das hätte gar nicht gezählt, wenn ich jetzt gestorben wäre. Hätte das nicht gezählt. Man muss fair bleiben in solchen Spielen. Oh weh. Alter! Geh sterben, Frau! Oh, scheiße! Das ist so schnell. Kannst du gar nicht gucken, wie die klickt hier. Das ist ja unnormal. Und ich bin wieder tot. Yay! Die Aufnahme startet echt top. Ich glaube, ich stelle das raus. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Treadout. Oh Gott, mittlerweile. Okay. Na gut. Keine Panik auf der Titanic. Wir probieren es noch mit der anderen Cam. Die andere Cam ist ja wahrscheinlich ein bisschen schneller tatsächlich. Ja, ja, komm. Fuck it. Ey, das geht ja super los schon. Und das ist immer noch sehr laut auf meinen Ohren tatsächlich. Okay, müsste man eigentlich nicht gesehen haben. Alles klar, so. Fuck, ey, fuck it. Mann, ich wollte die andere Dings nehmen. Ja, ich habe dich angeklickt. Du kannst jetzt gehen, Mädel. Okay? Ah, guck mal. Oh, habt ihr das gesehen da? Nein! Das Problem ist, ich kann die halt nicht killen, ne? Das ist... Alter, guck mal zur Tür da. Oh ne, ich glaube, das ist schon wieder weg. Okay. Und live. Radatz wieder. Okay, es radert noch nie. Lara, nee, ich weiß nicht, was ich tun soll. Yeah. Oh, fühlst du dich jetzt cool oder was? Hä? Bitch. Mann, das mit der Verdeberliebe. Ach, guck mal, kann ich hier hoch? Ich komme hier nicht hoch und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme hier nicht hoch und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe auch keine Angst. Nein, nein, nein. Oh, habt ihr das gesehen? Alter, Scheiße. Okay, ich habe, glaube ich, gerade voll überschleuert, aber... Leute, das ist in so einer Situation total normal, wisst ihr? Das ist... Das ist einfach... Ich renne hier jetzt einfach mal von Tür zu Tür in der Hoffnung... Ähm, ein schlauer Hinweis kommt. Warte mal, kann ich hier auf Stop drücken? Oh, ich kann auf Stop drücken. Huh. Weißt du, ich nehme gerade mal... Wie lange nehme ich auf? Ich habe drauf. Oh Gott, ja, ich nehme auf. Och, sieben Minuten und... Oh Mann, mir ist schlecht und ich habe... Alter, ist das eklig oder ist das eklig? Na, warte mal. Wir tun das mal zur Galerie hinzufügen, bevor hier noch irgendwas passiert. Und nein, ich lenke... Ich versuche mich nicht gerade hier irgendwie ansatzweise abzulenken. Das ist schon eklig, ne? Ach, wisst ihr, da ist mir der fette Eber echt lieber, ne? Hier. Der. Das ist mir viel lieber als diese... Sau. Haben wir denn jemanden... Ach, das ist die wieder... Oh Gott, das ist super hier. Mann, Mann, es muss doch hier irgendwie rausgehen. Was willst du denn? Was willst du denn? Sag mir doch einfach, was du für Probleme hast. Und wir... Wir können nach einem... Ja, nach einer Lösung können wir suchen. Oh Gott, die hat ganz schön lange Krallen. Die können tatsächlich wehtun. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Oh Mann. Oh, wie soll ich jetzt machen muss? Ja, das ist mir schon klar, Leute. Aber... Ich habe echt trotzdem keine Ahnung, was ich tun soll. Mann, das ist so blöd. Das ist so blöd, blöd, blöd. Guck mal, Leute. Also, wir haben ja hier... Ähm... Da, guck mal. Da ist doch irgendwas. Ich war... Ach, weil ich... Nein! Oh, das ist so unfair. Das ist einfach so unfair. Ne? Wenn ihr mal richtig hinguckt, ist ja da hin. Warte mal, wir warten, bis die jetzt wieder kommt. Habt ihr das gesehen? Ob wir das killen müssen? Aber die Olle, die geht mir so... Nein! Och, Mädel, mach da mal was. Ey, es ist... Ja, da ist so ein Geist, ne? Da ist so ein Face. Jetzt bin ich schon wieder tot, ey. Oh Mann! Ernsthaft? Okay. Okay. Aber... Wir sind es immer noch positiv. Ich bin zwar mittlerweile an dem Punkt, wo ich schon wieder hart genervt bin, aber das ist alles kein Thema. Ja. Bitte, immer wieder gern. Sonst kam ja hier immer mal ein Hin... Oder ein toller Hinweis, aber... Joa. Ist auch zu wünschen übrig. So, also wir haben jetzt mal mitbekommen, dass... Hier hinten oder da hinten... Och Mann, diese Olle da an der Wand ist. Wisst ihr? Seht ihr ja, bestimmt. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gesehen. Alter, du gehst mir so hart auf die Eier, ey. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Mädel. Ne? So. Komm her. Da. Habt ihr sie gesehen? Ja, ich frage aber so viel. Ich könnte hier reinbeißen. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh no. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auf die Eier. Och, das ist einfach... Du hast ja einfach keine Chance. Und wenn du die andere Scheiße nimmst, das ist... Oh Mann, die kam ja richtig raus, ey. Habt ihr das gesehen? Die Aare waren über der Tür, ne? Oh. Top-Motivation, echt, ey. Egal. Wir kriegen das trotzdem hin. Du spielst schon eine Weile. Vielleicht würde dir eine Pause helfen? Naja, wahrscheinlich. Das war's mit Redout. Ich bedanke mich ganz recht selbst fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Und in diesem Sinne, haut rein. Macht's gut. Tschüss. Okay. Mach das Licht an, du kleine Sau. Und wir sind gleich schon wieder tot. Yeah. Ich hab keine Ahnung, Mann. Geh mir doch nicht auf die Eier, du Klingel. Schieb. Die ich jetzt sehe vielleicht. Ne, na, okay. Ja, ich wollte's bloß mal testen. Entschuldigung, dass ich's überhaupt mal was irgendwie ansatzweise probiert hab. Kommt nie wieder vor. Nie wieder. Oh, dann noch dieses beschränkte Kichern. Ich könnte platzen. Aber das macht's ohne. Oh Mann. Oh, ich glaub, ich muss, glaub ich, schon wieder die Lösung gucken. Oh, ich bin schon wieder tot. Yeah. Ach Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist doch scheiße. Und das ist bestimmt wieder total simpel. Aber ich raff's wieder nie. Also, wir gucken jetzt bloß nach hinten mal, ob wir irgendwie ansatzweise was tun können. Wir können uns auch einfach wieder hinstellen. Naja. Und in der Hoffnung, es passiert wieder irgendwie was. überraschend ist, womit man nie im Leben rechnet. Echt, ey. Also, manchmal da. Okay, warte mal. Wir nehmen das. So, das Problem ist, wir... Ich geh mir so hart auf die Eier. Ich geh mir so hart auf die Eier. Mann, ich wollte das eigentlich nicht mehr so in Aufnahmen so ausarten. Aber... Ja gut, ich bin nicht auch richtig ausgeachtet. Oh, halt deine... Okay, ich muss bestimmt gleich in die Lösung gucken. Oder ist wieder irgendwas, wo ich hier auch ein Bild machen muss. Warte mal, vielleicht müssen wir ja auch die Olle da reinkriegen. Warte mal, warte mal. Ja, wisst ihr, wenn die Olle dann so gerade steht... Wo ist sie denn? Oh Gott. Und gleich bin ich wieder tot. Wisst ihr, wenn die so angeflattert kommt? So, dass wir die vielleicht auf ein Bild zusammen kriegen müssen. Wir probieren es einfach mal, bevor wir jetzt hier wieder in die Lösung gucken, oder? Wisst ihr, so. Und wenn jetzt die Olle kommt, dass ich da das Foto mache. Hallo. Oh Gott. Was war das denn für ein Geräusch? Wisst ihr, so. Jetzt Olle, komm, 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 komm. Komm, bitte. Hallo. Du gehst mir auf die Eier. Du bist so scheiße. Du bist so scheiße. Du bist so scheiße. Scheiße. Lache nicht so. Alter, scheiße. Greift der mich hier ohne an, oder wat? Du bist so scheiße. Du bist so scheiße. Du bist so scheiße. 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 Wir knipsen, bis wir schwarz werden, und dann sind wir so rot. Okay, jetzt hab ich gebracht. Halt deine Schnauze. Okay, ich guck in die Lösung. Ich lass aber die auch nochmal laufen. Ich schneid's wahrscheinlich schon wieder aus. Oh je, weil ich so ein böser Gangster bin. Boah. Alles klar, alles klar. Ernsthaft, du gehst mir so auf die Eier, du Nut. Oh, ich kann immer noch sterben, ey. Oh, Mann. Okay, ich weiß nicht, ob wir dahinter jetzt müssen. Es war übrigens bloß Zufall, dass ich das detektet hab. Also, ich bin natürlich schon ein löster Profi, ne? Also, was? Lass mich doch einfach raus, Mann. Was willst du denn noch? Ach, guck mal, ich komm jetzt hier hoch? Oh, ich komm hier hoch jetzt. Okay, ich komm auch nie hier hoch. Äh, ich bin Missrote, ey. Jetzt bin ich so hart auf die Eier, ey. Komm, geh, geh, hey, Mädel. Geh einfach heim. Guck mal, ich komm hier aber ohnehin zu hin. Oh, wie dumm aber auch. Oh, meine Eier, wisst du, und meine... Ah, ja, okay. Hallo, hallo. Und meine Laune ist schlagerlich im Keller. So, und jetzt? Kann ich jetzt killen? Oh! Hier ist passiert was. Hier passiert was. Oh, und die ist wild auf mich. Hallo. Aber ich bin jetzt wieder guter Dinger, denn wir wissen jetzt, was zu tun ist. Wir können die Olle killen, wenn ich hier so anscheinend ranzoome. Ich weiß es, ne? Aber ich bin ein bisschen stolz, als wenn ich in die Lösung geguckt habe. Wo findest du denn? Komm, zeig dich, Mädel, komm. Oh, Mann, Alter, was geht denn los hier? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Guck mal, du bist so hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Hallo? Ich, ich... Was? Was? Warum war ich jetzt tot? Alter, das ist dieses... Ach ja. Wir töten die einfach mal. Sie hatte zwar keine Chance und diese könnte sich nicht wehren, aber wir töten sie einfach mal. Und warum? Das wissen wir selber nicht. weil das... Komm, lach nur dumm. Pass mal auf, ich bin stets jetzt jung, wenn ich von Null anfange. Oh. Ich komm hier nirgendwo mal hin, aber... Wir klicken, was das Zeug hält, weil wir es einfach können. Und wo bist du denn? Ach man, es geht schon wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man so... Aha. Na klar. Oh Gott.